das da hinten war vielleicht mal einer dieser hügel vielleicht auch der da hinten auch der dahinten ziemlich wahrscheinlich auch und der ganz sicher nicht habt ihr raten worum es geht natürlich um vulkane hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video und ja heute geht es mal um die vulkane ist immer ein wirklich schönes leuchtfeuerwerk ich mag die teile selber auch sehr sehr gerne aber da gibt es natürlich auch immer große unterschiede ob die jetzt gut sind oder nicht so wirklich und manchmal sind das auch nur mogelpackungen aber manchmal können die kleinen auch fast mehr als die großen und ich habe jetzt mal die vulkane zusammengestellt die mir am besten gefallen haben an silvester und ja da seht ihr jetzt das ranking und ja viel spaß platz 10 der cone of crackling von leslie von außen sieht der vulkan relativ groß aus sind aber nur 100 gramm pulver drin wie der name schon sagt handelt es sich um einen crackling vulkan und er kostet ungefähr im handel 8 euro zum start dümpelt der vulkan so ein bisschen vor sich hin aber zum ende hin wird er wirklich ganz gut platz 9 der fujiyama vulkan von diamond ich weiß leider nicht ob es den vulkan aktuell noch gibt jedenfalls hat er vor drei jahren nur einen euro gekostet und wie man sieht ist ja auch wirklich relativ klein auf jeden fall ist dieser vulkan das beste beispiel dafür dass kleine vulkan und nicht gleich schlecht sein müssen platz 8 der crackling vulkan von jorge für mich persönlich ein absoluter klassiker es ist ein großer vulkan mit über 200 gramm pulver und man bekommt ihn schon für ungefähr vier euro platz 7 der elektrom vulkan von pyroland den gibt es erst seit letztem jahr auf dem markt und er kostet 13 euro das besondere an dem vulkan ist dass die funken nahezu kalt sind man könnte also theoretisch problemlos mit der hand oben in den vulkan fassen das habe ich übrigens probiert und es klappt platz 6 der vulkan sankt helena von black box dabei handelt es sich um die ausführung nummer drei es sind 45 gramm pulver drin und er kostet stolze 8 euro dafür ist da wirklich ein schicker vulkan der sich von silber auf crackling mit roten sternen verwandelt platz 5 der schweizer vulkan nummer 7 jeder von euch weiß wahrscheinlich dass die schweizer vulkan für ihre qualität bekannt sind und das sieht man auch bei diesem vulkan ganz deutlich der vulkan nummer 7 ist ein reiner gold vulkan und er kostet zwölf euro bei 250 gramm pulver platz 4 der kongo vulkan von jorge und der vulkan ist so weit vorne weil der mich wirklich überrascht hat wie man sieht ist er sehr sehr klein und auch recht günstig ein vulkan kostet knapp nur 50 cent aber guckt mal was aus dem kleinen ding rauskommt respekt für die kleinen dinger sehr schöne vulkane es geht aufs treppchen mit dem platz 3 der vulkan drachenfeuer gold von röder er kostet 9 euro fängt am anfang relativ klein aber edel an und eskale verliert hinterher so richtig da auf jeden fall genug abstand halten platz 2 der weko überraschungsvulkan und nein ich meine nicht den normalen überraschungsvulkan sondern den premium überraschungsvulkan er kostet übrigens ungefähr 6 euro platz 1 der blink stars vulkan von weko ja leute bei diesem video kommt es natürlich auch auf meine persönliche meinung an und diesen vulkan liebe ich einfach den gibt es jedes jahr bei lidl für 9 euro und es ist eigentlich ein schweizer vulkan steht übrigens auch drauf und mir macht das ding einfach immer wieder richtig freude am anfang blinkt der vulkan einige sekunden nur ein bisschen vor sich hin und später kommt dann aber der vulkan effekt dazu das ist schon so hell dass man nicht reingucken kann jetzt geht es weiter über den vulkan schön gold und die blinker blinken auf dem boden weiter also meinung meiner meinung nach wirklich der beste vulkan dem im moment so gibt ja leute das war schon fast mit dem video haut auf jeden fall mal euer feedback in die kommentare und schreibt auf jeden fall mal in die kommentare was ich als nächstes ranking machen soll also entweder feuervögel batterien böller irgendwas was ihr gerne sehen wollt und ja leute vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video bis dann und haut rein